Hier präsentieren wir die 5 besten Kleiderwagentests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. TAT Kraft Marfelschwerlast Kleiderständer. Unser bevorzugtes Wanderdesign ist ein starker, mobiler Kleiderständer aus Kromstahl, der viel Platz zum Aufhängen Ihrer Kleidung benötigt. Ideal sowohl für große als auch für kleine Kunden Schlüsselwörter Kinderkleidungsschiene sowie bei unseren Geschäftskunden beliebt, da ein Bildschirm sowohl Einzelhandels- als auch saisonelle Bekleidungskollektionen darstellt. Ihre zukünftige Garderobe ist durch ausziehbare Teleskopstangenmodular flexibel Wanderbasiert auf der Einstellung von Bänken und kann zusätzlich verwendet werden, um lange und auch kurz baumelnde Textilien zu halten. Nummer 4. Stabiler Kleiderwagen 1 Meter breit rollbarer Kleiderstände höhenverstellbar bis 189 cm. Der Wäschewagen 100-017 besteht komplett aus Metall und ist ebenfalls höhenverstellbar. Das Design ist sowohl für seine Größe als auch für sein Gebäude außergewöhnlich langlebig und kann bequem 100 kg bringen. Der Ständer hat vier Lenkrollen, von denen zwei gebremst werden können. Das komplette Kleiderregal ist färchromt, was für einen wirklich edlen Look sorgt. Die Handwerkskunst ist sehr gut in dieser Ratevielfalt. Ordentliche Schweißnähte, dauerhafte Oberfläche sowie stabiles Gebäude. Mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Kastweikleiderständer mit Zweikleiderstangen Garderobenständer. Bei den Verbindungsfaktoren gibt es Premium Schweißnähte, die die Rohrverbindungen perfekt miteinander halten. Stahlrohrleitungen sind extrem stabil und haben eine dicke Wand. Dies führt zu einer dramatisch höheren Qualität, einer dickeren und auch sichereren Qualität als bei Produkten anderer. Vier Rollen können um 360 gedreht werden, von denen zwei mit einer Bremse arretiert sind. Beim Bewegen befinden sich zusätzlich keine Markierungen auf dem Boden. Die Höhe der Kleiderstange kann individuell eingestellt werden, um sicherzustellen, dass auch besonders lange Kleidungsstücke sowohl knitterfrei als auch schmutzfrei aufbewahrt werden. Nummer 2. Leifheit mobiler Kleiderständer. Für noch mehr Ordnung sowie zusätzlichen Stauraum im Schlafzimmer, Flur, Bad, Büro oder Keller. Das mobile Bekleidungs- und Garderobenregal liefert zwei robuste Kleiderstangen, die in Höhe und Größe stufenlos herausgezogen werden können, schnell und einfach mit einem Klickgerät. Mit einer Körpergröße von 100 bis 164 entdecken auch lange Produkte von Kleidungsstücken wie Kleidern und Hosen einen knitterfreien Bereich. Wenn mehr Stauraum benötigt wird, können die Bänke lediglich verlängert werden, dies ergibt eine Stangengröße von praktisch einem Meter. Und die Nummer 1 unserer Liste. Karo-Möbel-Roll-Garderobe-Sala-Garderoben-Wagen-Kleiderständer. Grundgerüst aus Verschrumpenmetall sowie Untergestell aus Kunststoff in Grau. Der Garderobenwagen ist ca. 155 cm ausziehbar und in der Höhe von 96 bis 170 cm flexibel. Der Kleidungswagen arbeitet mit ungebremsten Rollen, was die Flexibilität erhöht und es auch einfacher macht, ihn bequem an jedem Ort zu positionieren. Die optimale Loskapazität der Garderobe beträgt 8 kg. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.